Hallo ihr lieben Muttersuppert wieder bei der Arbeit in Folge 7 days to die. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Hause. Ola, Jen, Hylia ist dabei. Immer noch auf dem Weg nach Hause. Wer? Was? Das ist sicher ein Vertreter. Wir ins Haus? Ja, 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 Geld eintreiben, wa? Oh, Faktus. Ja, sind auch immer ganz interessant. Mein Inventar ist voll. Du meinst nicht? Den klatschig aber um. Wieso ist dein Inventar nicht voll? Irgendwas machst du falsch. E.D.A. Na ja, mit A, ne? Ja. Bäume sollen mal wachsen. Oh, sie sind stärker. Mit den Bäumen nicht E.D.A. Ist hier bin ich dünner? Na ja, vielleicht solltest du mal den Hintern darüber hängen. Natürlich mach ich. Uh, das ist toll. Ja. Einfach mal reinbrezeln in die Bäume. Genau. Gönn dir mal so richtig schön so ein... Weiß. Piep! Ausgepiept. Weiß kann man doch sagen. Na, ich dachte, da kommt jetzt so ein Hardcore-Spruch von dir. Nein! So richtig Hardcore, doch! Doch, nicht in der Aufnahme! Doch! Hedia, was tut es? Ja. Das hier? Nein. Warum nicht? Hier frisst irgendwas. Wo? Oder? Hat sich so angehört? Was hat denn hier... Ja, ich hab grad in Detail reingeguckt. Ist das dein Ernst? Das hat sich richtig schleimig angehört. Was war das? Gar nix! Carly, ich seh's doch. Das musst du gar nicht wissen! Ich hab mir die Dinger in die Niere gejagt! Lass mich! Aua! Die Niere dankst dir? Alter, hier war doch schon wieder was! Nein, das war von vorhin noch. Da waren die Cowboy. Cowboys. So, einmal das. Einmal das. Das kommt da noch da rein. Oh! Oh! Ich höre jetzt auf und will egal. Oh, scheiße! Ich bin zu blöd! Jedes Mal war ich was falsch! Muss ich dazu jetzt was sagen? Nein! Bist du hier drinnen? Ja! Hi! Warum? Äh, darum. Weil ich mich ausmiste. So, jetzt kommt mal hier oben hin. So, ich hab ne Pistole, aber irgendwie benutze ich die nie. Ich habe aber einige Bäume. Kann ich hier irgendwo sitzen? Geli A? Ja. Mit A? Okay. Sehr gut. Oh, scheiße! Hm. Ihr Grillter, scheiß! Ich nehme jetzt meinen Cowboy. Geli A! Ja? Ich habe hier in diesen, in diesen Feuerdings hier Kohle ge- ach Kohle! Bogen und nen Knüppel gemacht! Nice! Ja, das ist deins! Ich werd raus hier! Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Lass es hier einfach liegen! Ich versteh dich nicht! Nice! Nein, ich wollte da ran! War das ein Zombie? Kannst dran! So, ich werd mir jetzt mal einfach einen Cowboy-Hut mitnehmen, weil der angeblich kühen soll. Oder kühen soll, ja, kühen soll. Ja, einige bringen halt Modus hin. Sogar der Minirock, der kürt ein wenig das und dann rum. Naja, so wie wir rumlaufen, brauchen wir keinen Minirock. So, lass dann! Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht macht das doch was aus. Kalypso hat gesagt, wenn man keine Zombies in den Häusern haben möchte, muss man alle Türen kaputt machen. Wir haben hier eine Hütte. Oh, wurde es mir geweißsagt! Wir haben hier eine Hütte, wo ich drin war und die Tür hab ich hier hinten noch nicht auf. Das geht ganz schön schnell. Was? Was? In der Hoffnung, dass hier kein Zorn bekommt. Das ging nur ganz schön schnell, das Abbau. So, schauen wir uns mal in den Häusern oben, würde ich sagen. Oder wollte ich irgendwas machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, was wollte ich machen? Ah, ich erinnere mich. Oh, sehr schön. Na! Die mach ich doch mal! Ich hab zu viel... warte mal. Brauch hier nicht unten sein? Das schon? Das Haus ist schon so... Ja? Abgenutzt? Ja! Ich gucke mal falsch! Verzeiht mir, Eddie. Ich hab doch hier gerade... ...ein Zombie gehört, oder? Ja. Was ist das mit der Hütte? Äh, okay, das ist eine Einzimmerwohnung. Haus. Da oben ist was. Aber egal. Was macht man so im Alltag? Zombies zerlegen. Bauen. Looten. Gleich wieder niesen? Ich weiß nicht, warum ich so viel niese. Meine Nase juckt aber auch. Ich will hier noch nicht ganz voll machen, weil hier kommen überall Pika hin. Gut. Nein. Oh, Schock! Warum bringt da eigentlich noch Licht in diesem Haus? Nein! Nein! Hallo! Äh, hier am Rand kann ich das... Schwester. Was denn?! Wo ist Hallo? Äh! Krankenschwester schossen. Ach so. Ich dachte schon. Was ist los hier? Ey. Die zuckt noch, die Schwester. Ich baue aber erstmal hier alles ab. Damit wir auch sicher wieder rauskommen. Ah, verdammt! Man hat mir auch gesagt, jetzt soll man die Zombies mit einer Fackel, ähm, niedermähen. Ich brauche Tierfett, alles da. Was dauert denn das hier? Weiß. Wieso ist hier eine Straße? Mit A? Mit A? Warum? Ich habe keine Ahnung. Jan ist fast Schatzkiste, nehme ich einfach mal mit. Trau dem Frieden nicht. Ich auch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Ich habe das Gefühl, gleich greift mich was von hinten. Ach. Und was schlägt da? Ja, ich. Du bist aber nicht bei mir. Ich bin hier beim Wohnwagen. Ich bin ein bisschen weiter weg. Weiß nicht. Zombie? Der ist oben. Ich bin hier. 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 Ich bin hier bei mir. Okay. Wenn du was abhaben möchtest, komm her. Die ist für dich bestimmt. Weiß Bescheid, ne? Ey. Verdammt. Hab ihn auch flachgelegt. Ich bin hier. Baby! Okay, jemand muss sich treffen, weil ich kehren die Horde rein. Piesse! Ey, das war getroffen, bei mir hat es gerade gerukelt. Ich treffe gerade gar nichts mehr. Leg dich hin. Leg dich hin. Ah, endlich mal. Leg dich hin! Ich hab eigentlich losgelassen. Alter, du wackelst doch alles so rum. Oh, scheiße. Jetzt reicht's mir. Der nehmt Schulter, Mann. Da kommen die. Ich hab was getroffen. Die drei Krankenschwester kommen erstmal hier. Da kommen jetzt die Krabbler, die Nachzügler. Alter, wie dramatisch kann man sich eigentlich hinschmeißen, Madame. Ja. Ihr seid gekommen, seid gekommen mit Nischt? Ah, macht sie nur. Was? Sie hat nur, ah, gemacht. So ganz schmerzhaft. Hier sind noch einige. Einfach alles mitnehmen. Die hat gerade explodiert. Hier schnurrt auf jeden Fall noch mal ein Zombie. Abla. Hast du etwa alles schon gelootet? Nein! Genauso, wenn so ne, so ne Zombie-Horde kommt, ne? Die Hunde sind dann als erstes. Ja. Dann kommen die Läufer und dann die Krabbler. Die damalschigen Arschgeigen. Ja, Kali ist auf jeden Fall noch einer. Oh. Ja, ich mach hier schon mal ein bisschen was weg. Nicht, dass die Hunde was mitkriegen. Oder ne. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Hier, junger Mann. Egal. Komm, sie ran. Ich hab gemessert. Alter, aber er dreht sich um und hier ist wieder ne... Was haben wir denn hier? Nee. Kann ich ja hier weitermachen. Oh Gott, hier ist nichts. Hier im Haus ist irgendeine Schneppe. Ich hör's. Alter! Hm? Musst du denn jetzt da... Och du kannst nicht mehr... Wieso liegt denn hier noch was? Jetzt reicht's mir. Oh, wo geht's? Fuck. Kali, willst du mit reinkommen? Nein. Willst du da nicht alleine rein? Bin ich eigentlich schon. Hast du? Nein, hab ich noch nicht. Uh, hier gibt's einen Topf. Katzenfutter? Ähm. Nein, ich wollte das mitnehmen. Ich glaub, der ist oben. Bist du jetzt hier im Haus drin? Ja. Ja, okay. Toilette. Erstmal geguckt. Ja, ja, hier ist die Leiter. Oh, nice. Oh, nice. Elia? Ja? Soll ich dir helfen? Hi. Elia, willst du da nach oben? Sofort. Ich will erst mal die ganzen Tünen hier sauber machen. Mal die ganzen Tünen sauber. Würde er nicht nach oben. Und es ist jetzt schon gruselig. Und? Der, wenn er irgendwann nicht, wenn er so weitermacht, kotzt der irgendwann. Warte mal, ich muss mir einen anderen Helm aufsetzen. Alter. Der kommt. Der könnte kommen. Ah. Der nicht. Ich glaub, der hat hier Probleme. Weiter runter zu kommen. Oh. Nice. Okay. Ey, der macht hier so einen Aufstand. Was stimmt nicht mit dem? Das Haus ist gereinigt. Kommt da rein. Alter! Ich möchte rein! Ja, kein Wunder, dass er nicht runtergekommen ist. Oh, hier ist ein Krabbler! Wette? Ja, es krabbelt hier drinnen! Der versorgt mir meinen Teppich! Steh auf, sein Kuckuck! Ich bin zu nah dran. Dieses Haus ist wirklich gereinigt. Ja! So, ich werde jetzt was tun. Ich habe zu wenig Platz, denn das ist ja tragisch. Gut, dann packen wir alles mal weg. Vielleicht könnten wir das hier drei tief machen. Bei einer Straße rechts ist die ja stabil, aber... Was ist das für ein Zombie? Was? Dieses kleine Rohr, was aus unserem Wohnwagen rausguckt. Das sah aus, als ob ein Zombie sich mit dem Kopf an unseren Wohnwagen anlehnt. Da war ich halt ein bisschen skeptisch. Ähm... Damit die Zombies, wir machen das wieder zwei tief, damit die Zombies hier nicht einfach rüberhüppeln, über die Piekser, und dann halt da am Haus rum klatschen. Das Haus muss so lange wie möglich halt unbeschädigt bleiben. Ditschfrei! 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 Und zwei tief, dann tummeln sie sich hier drinnen und... Verrecken jämmerlich hier! Lieben, liebe, dann... Hoffe ich doch! Du bist ganz schön garstig. Was denn? Die wollen uns auch nichts Gutes! Okay. Warte mal. Ähm... Edia! Ja? Mit A? Ich... Wo ist jetzt ein Holzbaum klatschen? So, hier haben wir eine Schatzkarte... Wo ist ein Stoff? Da ist die... Weil... ihr kässt euch nicht aus. Da müssen wir mal so klein. Edia? Ja? Wow. Weiß klein. Ich bin nicht bei dir draußen. Wenn du das meinst. Na wohl. Boah, die sind doch noch klein und jung und... Saft! Da kommt schon Wasser weg. Ja. So. Ah. Aber was muss das muss? Dampf doch nicht hier so hoch. Ach so, der Wohnwagen da hinten haben wir... Aua. Aua. Nicht mal durchgeschaut. Werd ich, glaub ich, jetzt tun? Hm? Ja. Oh, das ist ein kleines Häuschen. Ich weiß es nicht. Das sieht aus so ein bisschen... wie ein Wohnwagen ist. Aber kein Wohnwagen. Na oha. Zwölf. Zweitausend. Okay. Das ist ein kleines Häuschen. Das ist ein kleines Häuschen. Das ist ein kleines Häuschen. Ja. Das ist ein kleines Häuschen. Was machst du denn da unten? Gar nichts für unsere Sicherheit. Deine schweißtreibende Arbeit, Hedia. Ja, bei mir auch hier drüben. Geil. Wie gesagt, mit der Straße ist jetzt doof. Wenn hier einer ist, rede er mit mir, oder was? So möge er aufstehen. Oh Gott. WhatsApp, die kommen später. Hochsack. Jagdgewehrverschlussgehäuse mitnehmen. Buchpistole. Glasscheibe nehme ich auch mal einfach mit. Die kann man ausrüsten. Es war bei dir ein Zombie gerade? Willst du mich verarschen? Hör auf. Hier ist Frieden, Mann. Ich mach gar keine Artenarbeit. Weil ich hier gerade Geräusche höre. Geräusche zu hören? Oder hätte ich springen doch raus. Ich hätte drei tief machen müssen. Nehmen wir. Aber den Fehler werden wir beheben? Die kommen nicht so schnell wieder raus. Trübes Wasser aus der Toilette genommen. Nicer, nicer. Elia, ich hab kein Holz. Ja. Holz. Manchmal richtig prämierend. Aber wir machen den scheiß Dunklen weg. Okay. Okay, hier war kaum was zum Mitnehmen. Langweilig. Ah, da hinten läuft einer. Helia. Ja. Ich wollte dich eigentlich erschrecken, aber irgendwie ging das mächtig in die Hose. Verarschen? Ja, und ich würde sagen, mit diesem Wort machen wir hier wieder einen kleinen Cut, ihr Lieben. Nö. Okay, dann nicht. Dann wird die Folge extra viel lang für heute. Warte. Zwei Dinger noch. Alter, da feiert sie einfach nur. Jetzt lichte ich den bei und wir machen Päuschen im Häuschen. Alter, mir ist heiß. 38 Grad, Lady. Krasses Ding. 32 und es wird noch heißer. Ja. Wir bedanken uns für's zu sehen. Aha. Okay, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.